Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten 100 Jahre Liebfrauenschule Köln haben die über 1300 Schüler, 94 Lehrer, Ehemalige und Mitarbeiter des katholischen Gymnasiums die komplette Bibel innerhalb von zwei Stunden handschriftlich abgeschrieben. Religionslehrer Christoph Lengholz. Es läuft gut. Ich habe mal in einigen Klassen reingeguckt. Die Schüler sind wirklich sehr interessiert und engagiert bei der Sache, sehr konzentriert. Und auch die Jungs, die eigentlich bei dem Schreiben so ein bisschen eher etwas schlampiger schreiben, sind alle wirklich, die haben plötzlich eine tolle Handschrift. Das finde ich sehr schön. Die geben sich richtig Mühe. Die Bibel umfasst ca. 1400 eng beschriebene Seiten. Jeder Mitwirkende hatte ca. drei Diener vier Seiten abschreiben müssen. Zusammen kamen über 4000 handgeschriebene Seiten, die nun gebunden werden. Die Schulbibel soll zukünftig auch bei Schulgottesdiensten und besonderen Anlässen zum Einsatz kommen.